Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner hat sich offenbar mit dem Coronavirus infiziert. Der 54-Jährige fehlte am Mittwoch im Vorarlberger Landtag, weil ein am Dienstagabend abgegebener Antigentest positiv ausgefallen ist. Mittwoch früh wurde ein PCR-Test durchgeführt. Das Ergebnis war noch ausständig, wie Landtagspräsident Harald Sonderegger bei der Eröffnung der Landtagssitzung erklärt hat. Nach Angaben aus dem Büro des Landeshauptmanns weist Wallner leichte Erkältungssymptome auf. Es gehe ihm soweit gut. Wallner wurde mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer immunisiert. Seinen zweiten Stich erhielt er am 12. Juni. Ebenfalls positiv getestet wurden außerdem Landeshauptmann, die beiden Clubleute Roland Frühstück und Daniel Zadra, sowie die beiden ÖVB-Mandatarinnen Christina Metzler und Veronika Marte. Auch sie befanden sich in Quarantäne und warteten auf das Ergebnis ihrer PCR-Tests.